Liebe Karin, liebe Ignacio, ich gratuliere euch von ganzem Herzen zu eurer Bestätigungswahl, die wir heute erleben dürfen. Die Vereinigte Bundesversammlung hat sich heute klar für das Argument von der Stabilität und auch von der sprachlichen und von der regionalen Verteilung ausgesprochen. Jetzt können wir weiterfahren mit unserer Arbeit und ich freue mich sehr auf unsere Physik gemeinsam mit der Zusammenarbeit.